Mit den Kindern, dann bleibt ihr schön zu Hause, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und man muss sich, das Mürfen ist das allerbeste. Und man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen hinbringen. Vielleicht macht man auch so eine kleine Kniebeuge oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird. Nur wenn einem kalt ist, nimmt es ja manchmal. Die Erkrankung, die wird für mich nicht so schlimm sein, aber ich glaube, es ist besser zu Hause, also weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert, dann stelle ich die Maske aus, damit fällt man das nicht auf. Dann fällt man das nicht auf. Die Töten sind da, die sind gut für das Aufheben mit der Maske. Die Töten sind da, die sind gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung, einmal bitte rechts an den Rand.